Moini, wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist Masletzplan und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Final Fantasy 15 Trophäenguide. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Trophäe Zocker. Für diese Trophäe müsst ihr eine Runde Justice Monsters 5 spielen und das könnt ihr eigentlich relativ zu Beginn des Spiels schon tun. Und zwar müsst ihr zu der Raststätte Langwild reisen. Dort angekommen müsst ihr dann nur noch in das Restaurant gehen und dann seht ihr gleich links diese Spielautomaten stehen. Das Spiel ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Flipper und da könnt ihr dann eine Runde zocken. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit aufzuhören und dieses Spiel zu beenden. Die Trophäe ploppt dann trotzdem auf. Ihr müsst einfach nur mal kurz ein paar Monster oder eins besiegen, dass ihr wenigstens einfach mal das angetatscht habt. Und dann könnt ihr auch mit Kreis das Ganze wieder beenden und auf aufhören drücken und dann sollte die Trophäe aufploppen. So schnell erhaltet ihr die versteckte Trophäe Zocker. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe dieser Guide hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video von Final Fantasy 15 wieder. Bis dahin, ciao!